So, weiter geht's mit Dead Space 2, ähm, wir sind jetzt im elften Kapitel und wir shoppen jetzt erstmal schön, wow, der Boden ist irgendwie zugeklebt mit irgendwelchen, äh, matschigem Zeug, deswegen können wir auch nicht mehr laufen. So, Inventar, Inventar, ja, ähm, ne, ich hab keine Halbleiter, die ich verkaufen kann, also kaufen wir einen und was kaufen wir denn? Ähm, oh, 4500, das ist echt teuer. Dann kaufe ich mir ein kleines Medipack. Oder zwei? Ist sogar billiger, als wenn ich die beiden hier kaufe. Okay, und dann kaufe ich mir noch Munition für den Plasma-Cutter, ja, kauf, 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 kauf. So, jetzt sind wir ausgerüstet. Da, hier, dieser Boden ist irgendwie, äh, was ist das? Irgendwas, irgendein Gewebe. Ähm, jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Moment, der Ton ist laut, ich höre nix. So. Hm, das ist auch cool, ne? Der Ton ist zu laut, ich höre nix. Ich höre da was, da. Okay, er sieht mich nicht. Das ist gut. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ähm, irgendwelche Energieknoten? Nein. Gut, dann, klappen wir uns. Trinken gleich, ach, die Scheiße. Das haben die extra gemacht, hä? So. Wenn jetzt nämlich das Ding hier. Na, was denkt ihr, treffe ich den? Bäm. Scheiße, jetzt hat er, jetzt hat er mich gemerkt. Er bemerkt, so. Nein. Ah, genau in dem Moment rennt er los. War ja klar. Aber wir verkloppen den. Um ein bisschen Munition zu sparen. Oh Gott, da ist ja noch einer, oder? Ne, doch nicht. Huh. Hier. Da. Den haben wir noch nicht zerstampft. Was ist das hier? Was steht da? Watch your step. Aha. Was ist denn das hier? Okay. Watch your step. Dann schaue ich ja erst recht nach oben, wenn die sagen, ich soll auf die Füße gucken. Hier. Auf meine Schritte achten. Da ist die Kiste. Gut. Geld. Und was ist hier? Ähm, was war das? Wahrscheinlich Munition oder so. Hat sich so angehört wie Munition. Ach, ich dachte, das wären Arben. Ähm. Moment, wo muss ich denn da lang? Aha, da unten liegt Stase und da ist eine Kiste. Ja, da komme ich nicht an. Ah, zu kurz. Isaac, dein Strahl ist zu kurz. Aber da unten liegt auch was. Ähm, ich gehe da erstmal nach unten hin. Oder? Aber die Musik. Was? Wow. Das war knapp. Das könnte jetzt auch gehen. Was fällt jetzt ein? So. Ah, ich könnte eigentlich auch Stein auf ihn werfen. Habe ich ganz vergessen, die Dinger. Okay, gehen wir mal runter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe diesen Typen gehört, der alles in die Luft jagt. Ah, da ist er ja. Jawohl. So. Okay, das war gut. Das war ziemlich gut. Das ist schön, Gebert. Und habe ich noch irgendjemanden übersehen? Ich glaube nicht. Moment, wo war die Kiste? Da war die Kiste. Oh, oh. Dummes Ding. Hä? Ach da. Komm her. Na, wo ist das Ding? Ist es da gerade weggehüpft? Ach, da ist es. Sehr gut. Jetzt möchte ich aber echt mal, äh, eigentlich mal die Kisten hier aufmachen und gucken, was da drin ist. Munition. Munition. Sehr gut. Ach, da kommt schon der Nächste. Mein Gott, wie viel sind die hier? So. Aufstanden. Ja. So. Okay. Ähm. Ähm. Ja, ich überlege gerade. Muss ich da jetzt? Das ist auf jeden Fall defekt, glaube ich. Überhits scheint es zu sein. Na gut, folgen wir mal den Weg. Ausnahmsweise mal. Okay, 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 okay. Ja, ich bin irgendwie gerade sprachlos. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich gerade aufgestanden bin. Ich weiß nicht. Ähm. Ähm. Da. Ne, das war keine Munition. Moment, was liegt da? So. Das haben wir jetzt. Und, ach ne, ich soll da lang? Gut, hier liegt zu viel, ähm, vor diesem Zeug hier rum. Diese explosiven Dinger. Ja. Das heißt nichts Gutes. Ja, das hat ihn doch voll erwischt. Mein Gott. Ich glaube, ähm. Hä? Ja, die Tür ist verschlossen. Nur für autorisierte Techniker. Ja, wir sind, äh, Techniker, oder? Waren wir das nicht? Ja, wir sind Techniker. Ne, was sind wir denn? Doch, wir sind... Hä? Ja, egal. Okay. Dann muss ich da wohl nach unten und... ...da irgendetwas machen. Aber was? Ich hab da ja so ne Ahnung, dass ich das Ding da irgendwie auswechseln muss. Aber ich sehe gerade kein anderes Stück, das da reinpasst. Das kann ich auch nicht. Wegschieben oder so? Hm. Ist da hinten was? Och Gott. Wie viele denn? Ja, hier ist nix. Ne, hier ist nix. Ähm. Ja, dann kümmern wir uns. Kümmern wir uns mal um... ...die hier. So. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ach, hier ist doch was. Ich blöd, Mann. So. Schießen wir gleich mal rüber. Nein. Ich dachte schon, es fällt runter. Und? Schaff ich das von hier? Ne. Ah, jetzt haben wir Strom. Sehr gut. Oh, und jetzt haben wir dich. Bäm. Hat's dir wehgetan. Scheiße. Das war ja wie so ein Wattetbällchen. So. Oh, und da ist der nächste. Scheiße. Au. Was? Was ist denn? Ach du Scheiße. Mann, ich hab mich grad so gefreut, dass ich so viel Munition gefunden hab und so. Äh. Jetzt hab ich wieder kaum was. Glaube ich. Jetzt nix wie weg hier. Lauf, 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 lauf. Jawohl. Okay, da ist eine Kiste. Die nehmen wir uns. Alles sicher weiter. Merken Sie sich der Standort der nächsten Überlebenskammer. Bei einem Einsturz sind Sie Ihre einzige Hoffnung auf Überlegung. Okay, auf Sicherheitskammern achten. Okay. Ähm, dann speichern wir jetzt hier. Und, ja, wahrscheinlich wird das hier gleich alles einstürzen und ich muss in so eine... Oh, was ist das? Es lohnt sich auch mal nach oben zu gucken. Da, Munition für den... Äh, für das Impulsgewehr möchte ich gerne haben. Es leuchtet aber nicht. Okay, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Da sind wir, Isaac. Wir haben auf Sie gewartet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Der hat das Auge von dir. Ja, klar. Klar. Ich verliere mal eben mein Auge, stehe auf und schlage ihn tot. Klar. Mein Gott, ist die... Wow. Ist die tapf... Vermutlich ist das jetzt nicht. Okay, das ist jetzt... Echt, oder? Ja. Wow. Wo? Was zum... Ach, du Scheiße. Wo ist das Ding, das mich da gefangen hat? Äh, genommen hat. Aber Sie, Isaac. Sie werden Sie nach Schritt 3 sehen. Isaac. Er ist weggelaufen. Tiefer in die Minen. Mist. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Boah, die explodieren ja. Ich versuch's. Na, komm, stirb. Kann ich die Dinge eigentlich nehmen? Nein. Okay, weg ist er. Boah. Okay, was jetzt? Was willst du genau, Isaac? Was, 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 was? Äh. Erstmal ausrichten. Moment, was ist das da? Okay, das ist Sauerstoff. Moment, das ist über Kopf. Sind wir über Kopf? Nein. Ich bin ausgerichtet. Aha, okay. Folgen wir einfach mal an dieser Spur. Wohin führt sie uns, Sir? Da rein, oder? Ja, da rein. Glaube ich, oder? Muss ich da? Hä? Ne, ich geh jetzt einfach mal hier rein. Und. Ach, das ist hier so ein Ding, dass ich da. Okay, Moment. Sauerstoff erstmal tanken. Und jetzt. Nehmen wir uns das Ding. Und setzen es einfach irgendwo ein. Ich weiß nicht genau wo. Hier vielleicht? Nein, Moment. Ja, doch, der will. Okay, dann muss ich wohl das Ding da irgendwie wegschieben. Ja. Denn das scheint Laser zu sein, oder so. Voll Laser. So, und anbringen. Abschießen. Weg, 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 weg. Ah, noch eins. Verdammt. Ähm, ist da wieder so ein Ding drin? Hä? Hallo? Ja, da ist wieder so ein Ding. Gut. Da muss ich kein anderes suchen. Ah, da ist auch eins. Okay, wo ist das andere Ding? Äh, bist du das? Ja. Komm, 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 komm. Wenn ich ihn jetzt wegschieße. Nein, stehen bleiben. So, und. Drehst du dich weg? Ja, und jetzt los. Äh, schnell rein, da so. Das wollte ich sagen. Äh, ausrichten. Okay. Okay. Aha, da sind Pickel. So. Okay, der ist tot. Und? War das der einzige? Oh, nee, der, das. Au, verdammt. Ah. Die Bremsen haben nicht funktioniert. Stopp, stopp. Ist er tot? Ja. Und Sauerstoff. Ey, komm, 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 komm. So, und jetzt öffne das Ding hier. Öffne. Ach, ich muss mich jetzt mal absetzen. So. Mhm, Moment, da schleudern wir den hier einfach rauf. So, bist du tot? Ja. Sieht so aus. Und. Den da auch. Und. Den da auch. So. War jetzt nicht so schwer. Sauerstoff. Und. Da ist was. Ein Halb. Ah, das ist. Verdammt, ich will da hin. Das ist ein Halbleiter. Hm. Gehen wir nochmal zurück. Ja, Moment, ich geh mal kurz zurück. Oh, oh. Reicht das auch? Ich hoffe. Ach, wir sind ja erst hier. Ah. Boah, hab ich mich erschrocken. Verdammt. Ah, Mist. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Ach, wo fangen wir jetzt an? Müssen wir jetzt alles wieder nochmal machen? Ach, wir sind hier. Gut, dann hol ich mir gleich diesen Halbleiter. Wo war der nochmal? Der war eigentlich hier, ne? Moment, Moment, Moment. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Da ist er. Energie für Laserkanonen. Ach so. Oh. Ich dachte, das wäre Kohle. Hm. Sieht aber schön aus hier, ne? Hm. Aber auch irgendwie nicht. Ist irgendwie so hingeklatscht aus. Und da explodieren Sachen. Na gut. Soll uns nicht weiter interessieren. Wir. Wo war der Pickel hier? Irgendwie da oben. Wow. Da hat er eingeschossen. Aber wir ignorieren die einfach. Komm, setz dich ab. Setz dich ab. So. Und jetzt wieder die ganzen Dinger hier. Ach. Gut, dann nehmen wir wieder unseren Kumpel hier. Kumpel Blase. Und. Dahin. Und. Den da. Ach so. Der ist jetzt tot. Okay. Und den da.